Normalerweise geht man von Tieren zu Menschen über. Das heißt, man testet eine Methode erst sehr lange an Tieren, bevor man sie bei Menschen anwendet. Er zeigte Daten und sprach über seine wunderbare Forschung. Falls er Daten zu seiner Plastikluftröhre im Tierversuch hatte, wäre das der Moment gewesen, um sie zu zeigen. Aber er sprang direkt zu den OP-Ergebnissen bei menschlichen Patienten. Da wurde mir klar, dass er ein extrem wichtiges Kapitel übersprungen hatte. Er hätte belegen müssen, dass ein Tier langfristig mit einer Plastikluftröhre überlebt hatte, bevor er die menschlichen Patienten präsentierte. Das alles fehlte. Er übersprang es einfach. Und da verstand ich, mein Gott, er hat das nie an Tieren getestet.